Hier sitzen wir jetzt im Thaler See. Im Thaler See essen wir das, was auch Arnold isst. Ihr solltet unbedingt ansehen, das ist nämlich das Arnold Menü. Also wenn ihr hier schon seid, ihr habt hier einen super Ausblick. Hier hängen ganz viele Fotos. Also wenn, dann müsst ihr zum Thaler See auch unbedingt anhalten, das ist wirklich empfehlenswert. Und ich hoffe auch lecker, das wird lecker sein.